hallo und herzlich willkommen zu diesem video ja heute gibt es ein weiteres review sogar einen aktuellen film oder naja ja doch erscheint jetzt erst bei uns in deutschland also doch ein sehr aktueller film und zwar 800 ja also 800 film aus china der erfolgreichste kinofilm aus dem jahre 2020 war natürlich ziemlich einfach weil es kann nicht groß was in die kinos der sogar bei uns gar nicht in die kinos kam dieser film ja also aber so ein richtiger blockbuster muss block block blockbuster blockbuster nein blockbuster aus china sehr gut in szene gesetzt aber halt stopp worum geht es denn überhaupt in diesem film der film handelt von einer einheit kompanie ich weiß gar nicht wie sagt man überhaupt in china naja jedenfalls einer eine die heißen die 88 glaube ich der 88 kompanie einer irgendeine im jahre 1937 die aus 800 mann bestand darum 800 800 und ja die wie gesagt aus 800 mann bestand wir sind wie seit dem jahre 1937 japan greift china an es geht hier in also um shanghai ganz genau wo die japanischen truppen die chinesischen schon so gut verdrängt haben und diese 800 die jetzt eigentlich offiziell gar keine 800 mehr sind sondern glaube ich noch knapp über 400 leute waren verschanzen sich dort in einem in einem warenhaus ja sie geben natürlich die gruppenstärke immer mit 800 an weil sie waren mal die 800 und die werden halt offiziell immer als diese 800 bezeichnet der film ist halt sehr 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 merkwürdige schlacht weil wie gesagt wir sind in shanghai sie sind dort dieses warenhaus liegt an einem see nicht an einem see an einem fluss und auf der anderen seite ist eine neutrale zone halt wo die engländer sind wo alle sind und dort werden die japaner nicht angreifen das ist eine komplett neutrale zone das heißt auf der anderen seite des flusses wird gekämpft und auf der anderen seite geht das leben ganz normal weiter die leute gehen ausmachen partys und schauen halt wie in diesem kinofilm auf die andere seite wo gekämpft wird ja sehr sehr merkwürdig wie sagt ist alles nach einer wahren begebenheit das ist alles wirklich so passiert wie sagt wurde vielleicht ein bisschen abgeändert in diesem film aber wie gesagt hauptsächlich gab es diese schlachten die schlacht ist auch im chinesischen ja wie soll ich sagen ja geschichte sehr berühmt und sehr beispielhaft ja in dieser schlacht geht es hauptsächlich darum man konnte ja eigentlich gar nicht gewinnen mit diesen sage ich mal über knapp 400 leuten gegen eine absolute übermacht an japanern war das halt mehr so ein symbolischer charakter dass man halt standhält und 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 ja für sein vaterland kämpft oder da ist und und in den anderen chinesen halt zeit wir sind doch keine feiglinge die chinesen wir können gegen japaner gewinnen und so weiter mehr so ein symbolischer charakter hat diese schlacht gehabt und ja wir sehen halt hier sozusagen die schlacht dieser film zeigt uns diese schlacht um dieses wahrenhaus kaufhaus oder wie man es auch sagen können wo sie sich halt verschanzt hat der film muss ich ganz ehrlich sagen trotz sehr von pathos also wer da natürlich so ein bisschen probleme mit hat der wird hier ja ja wie sagt ist halt einfach so da ist halt viel sehr merkwürdige dialoge und sprüche sind da schon mit bei ja wie zum beispiel dann auch wirklich so symbolisch halt diese chinesische flagge die leute festhalten und erschossen werden nur auf symbol charakter halt dass diese flagge da oben steht alles ein bisschen sehr sehr pathisch der dieser film wie sagt wer damit keine probleme hat kann da wirklich gerne mal blick riskieren weil wir haben hier wirklich ein film der optisch sehr gut aussieht die effekte sehr gut sind der wirklich diese dieses diese härte des krieges uns doch ist es ist ja mehr so ein antikriegs würde ich sagen mehr rüberbringt wir haben wirklich ein paar brutale harte zähne wir sind nah am geschehen dran was sehr gut ist ja wir haben auch nie irgendwie so den helden oder einen bösen wirklich das ist so wie halt beim krieg gibt es meistens selten einen guten und eine böse seite das ist halt einfach immer so und das wird hier auch gut klar dargestellt wir haben auch wie gesagt keine wirklichen helden die wir folgen es sind halt immer wahllose also wir haben schon eine gruppe an leuten die öfter immer wieder auftauchen aber halt auch sehr viele die immer nur kurz auftauchen und dann sind sie auch gleich manchmal wieder gleich tot oder irgendwie sowas also wie sagt ihr in den grauen dieses krieges so ein bisschen ein bisschen schon sehr gut darstellen das ist alles sehr sehr gut ein bisschen zu meckern habe ich einfach dass der film ganz schön lang geht sehr sich zum anfang doch sehr viel zeit nimmt auch zwischen den kämpfen mal wieder sehr viel zeit nimmt jetzt denkt das ist ja so ein film wo es nur barmen schlacht und die mit dargestellt das ist es jetzt nicht so wie gesagt dem pathos da muss man halt freund von sein ja sonst ist der film so eigentlich sehr gut ich muss ganz ehrlich gestehen er ist vielleicht ein bisschen schwierig weil man nicht weiß genau worum es um diese schlacht jetzt so wirklich geht also man müsste sich vielleicht vorher ein bisschen belesen um zu wissen jetzt was hat es mit dieser schlacht wirklich auf sich das wird jetzt nur in ja so kurz angerissen in diesem film ein punkt der mich noch ein bisschen stört ist dass manchmal also charaktere auftauchen man einfach nicht weiß was mit denen passiert ist also ganz zum schluss finde ich sehr sehr traurig dass wir da wirklich eine truppe die wir ewig also leuten die wir ewig immer wieder begleiten in diesem film die dann halt rausgeht und gegen die japaner kämpft und wir einfach gar nicht mehr sehen was mit diesen leuten passiert ist das sind so ein paar sachen die diesen gesamteindruck so schmälern also der film ich fand ihn er hat mich schon gut unterhalten aber ich weiß ja war vielleicht für mich persönlich zu lang um mich wirklich so bei einer stange zu halten ja also der film kriegt von mir drei von fünf punkte ist sehr guter blockbuster auf jeden fall kann man sich angucken wenn man auf kriegsfilme steht wie sagt pathos nicht ganz so einen das stört kann man damit auf jeden fall seinen spaß haben weil ja wann haben wir den letzten guten kriegsfilmen war 1917 der war vor einem jahr dann kann man sich den auch gerne mal geben wie sagt ganz gut aber wie sagt sollte man sich vielleicht ein bisschen informieren worum es in diesem film oder um diese schlacht allgemein geht um das vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können in diesem sinne schreibt gerne in den kommentare ob ihr diesen film schon gesehen hat wie gesagt der ist jetzt gerade erschienen digital auf video on demand hier stream plattform überall könnt ihr den schon schauen ich glaube zum kaufen kommt er glaube ich erst im april raus dann auch als steelbook und so weiter wie gesagt könnt ihr mal schauen aber wie sagt in diesem sinne soll es aber gewesen sein viele zuschauen und wir sehen uns beim nächsten video bis dann ciao